Diese hier angebotene 2-Zimmer-Wohnung ist ab Mai 2014 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf-Oberkassel. Das Objekt verfügt über einen Balkon und einen Parkplatz. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 80 Quadratmetern beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 1350 Euro pro Monat. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet. Bis zum nächsten Mal.